Okay, das heißt, wir müssen das ein bisschen woanders aufstellen. Ja, wie wär's, wenn du's in den Boden reinstellst, Patrick? Wie die all anderen Elevators, äh, Teleporter auch und nicht direkt da auch. Du bist so dumm. Das ist arg auf Jahwe entwickelt worden. Arg? Ja. Also könnte man eigentlich schon meinen, so wie... Weil das funktioniert so gut wie Minecraft. Hä, warum immer noch abstra... Oder muss das weg von der Wand sein? Was? Ein Ofen? Nein, 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 nein. Ein Jude? Nein, ich rede von dem Teleporter. Ja, sonst portest du dich wahrscheinlich in die Wand ran. Nein, tu ich nicht. Ja, doch. Na? Deswegen darf man da ja nicht placen. Denk mal nach, Wotze. Moment, du könntest sogar recht haben. Ja, natürlich hab ich recht. Also wenn's x6 ist... Moment. Ich glaube, muss nochmal... Ah, jetzt geht's. Oh, schockiert! Und er kennt sich nicht mal damit aus. Natürlich kenne ich mich damit aus. Woher? Das ist ein Modpack. Aber ein Teleporter wird dich höchstwahrscheinlich irgendwo anders hinschmeißen, als ab, wo du hin sein möchtest. Mit der Begründung, es ist Java. Deswegen funktioniert es nicht. Mein Damen und Herren, der Typ hat Java studiert, das merkt man. Okay, jetzt funktioniert's. Ich würde mich ja gerne direkt teleportieren, aber ist zu weit weg. So! Äh, was wollte ich denn jetzt gerade gucken? Genau, wir brauchen hier einmal die Lapis-Block-Covers und die Jungle-Wood-Planks-Covers. Okay. Oh, das ist... Wir könnten uns eigentlich auch einfach eine Fernbedienung fürs Terminal bauen, aber ich glaube fast, das ist auch zu weit weg da drüben. Egal, jetzt haben wir es so gelöst, das passt auch. Du kannst es aber verstärken, wenn du mehr Fernbedienungen reinlegst. Wo rein? Innen? Ah, mehr Sender reinlegst. Okay. Ja, nee, jetzt hab ich schon so. Jetzt brauch ich... Das ist auch okay. Ich brauch da sowieso nachher so einen... Wie heißt das Ding nochmal überhaupt? Ich hab's vergessen, wie das heißt. Äh, ME-System. Ja, genau. Genau. Ja, nee, aber ich brauch ja da sowieso den Aufzug, weil ich ja nachher hoch will. Oder den Teleporter, weil ich ja nachher dann auch hoch will. Und so. Ich könnte jetzt hier auch Aufzüge bauen, aber die Travel Entres sind cooler. So! Äh, dann bauen wir hier mal das und hier mal 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 Pam und hier mal 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 Pam-Pam. So, wir werden heute dann auf jeden Fall mit der Küche weiter... äh, mit dem Esszimmer weitermachen. Mit dem Bad und mit der Küche, bis wir dieses Stockwerk fertig haben. Und drau... Und dann machen wir, denke ich, hier unten erstmal Fenster und so ein Shit rein, weil das wäre hier auch mal nicht ganz schlecht, weil es immer noch keine Fenster. Und dann gucken wir mal, wie wir es im Licht machen. Hier haben wir ja schon so ein bisschen eine Glühbirne hängen. Ist halt auch nicht... und eine steht. Ich denke, vielleicht machen wir hier noch irgendwie so einen geschissenen Closturn oder so... Geschüsselten... nicht geschissenen. Geschüsselten Closturn oder so hin. Aber da muss ich mir noch was überlegen. Da gucke ich noch, wie ich das mache. Das werden wir dann schon... eine Losung finden. Oh, gib mir den Travel Angel. Wir hatten ja noch 10... Manchmal frage ich mich, warum ich so unfähig bin. 6-6, warum bin ich manchmal so unfähig? Ähm, sag mal so... Ähm, Creeper, warum ist... Deine Hebamme mag sehr gerne Football. Warum... Ne, jetzt mal ernsthaft, warum war hier ein Creeper? Weil die dazu neigen zu spawnen, in einem Gebiet, wo die spawnen können. Warum war hier die Fackel? Hier war doch eine Fackel! Ne, die war ja weg, sonst kann der Creeper nicht spawnen. Denk mal bitte nach. Moment mal. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich von unten den Block abgebaut hab, damit die Fackel mit abgebaut hab, wo in diesem Moment der Creeper... Alter, ist das dein Ernst? Dann sag ich's halt nicht, Fotze! Was? Sag ich's halt nicht sagen, dann sag ich's halt nicht. Ne, ich hab nicht mit dir geredet, aber weißt du... Weißt du, ich baue ein... Ich baue ein Block ab. Ein Block! Ich bin doch jetzt der Einzige, mit wem talkst du denn sonst? Muss ich mir Sorgen machen. Ja. Wo, wo, ich bin das? Ja. Ich bin... Hier ist auch über... Oh, wenn ich schon wieder über diese Dunkelheit sehe, weil Fähnig zu blöde Fackeln zu platzieren, dann krieg ich echt wenig Risiken. Ah, pass auf, Herr Nocturno! Bereicherst diese Aufnahme ungemein. Ich hab das Fasch, das Fasch schon ein Problem gelöst. Das Teleport hat ein Problem. Okay, wir brauchen Stormbricks. Die gecoverten im... Ich hab übrigens die, ähm... Stormbricks, nur die genommen, weil da fancy Arrangement... Arrangement... Arrange... Arrange... Arrangement? Wie spricht man Arrangement im Englischen aus? Weiß gar gar nicht. Nur weil der fancy steht, hab ich das genommen. Arrangement. Arrangement? Ja. Arrangement, was wollte ich es eigentlich gerade sagen? Ach ja, genau, also ich erklär's dir jetzt nochmal. Ich hab halt den Block oben über mir abgebaut. Aus der Erde kann ich Hilarious sagen. Das sagt immer Hilarious. 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 Das ist Arisch. Hilarious. So schwer, Sau dir auszusprechen, ey. So. Und zwar hab ich halt den Block oben über mir abgebaut, weil ich halt da dann den, äh, Traveller hinbauen wollte. Also, oder sag mal, jetzt einfach Fahrstuhl oder so. Und auf dem Block stand halt ne Fackel. Die wurde dann umgekehrtweise mit abgebaut, ne? Und in diesem Moment, wo die Fackel aussehen, da war's dann halt zu dunkel und es konnte dann ein Mob spawnen. Und innerhalb von zwei Sekunden stand da der Creeper gespawnt. Weißt du, wie viel Pech muss man haben? Das ist innerhalb von zwei Sekunden passiert. Wie viel Pech muss man haben? Das ist eigentlich überhaupt kein Pech. Eigentlich ja schon. Eigentlich nicht. Äh, Creeper versuchen, also Monster generell versuchen mal da zu spawnen. Also versuchen generell überall zu spawnen. Das ganze System checkt dann, oh, da ist Helligkeit zu viel, deswegen kann da nichts spawnen. Aber sobald es dunkel gespawnt, ist instant. Ja, aber so krass spontan hab ich das noch nie. Wir machen dann aber, dass man, na, man könnte auch irgendwie... Ja, ich werd mal gucken, ich... Na, dann mach mal, dann mach mal das Bottom auf ne andere Seite. Mach mal den hier hin. Hier. So, dann können wir nämlich dann hier hin, ne? Oh, hat der noch gar keinen Namen? Hm, ja. Aus... EG. EG für Erdgeschoss. Das ist sein erstes UG. Erster UG. Ja, ich glaub, irgendwas stimmt mit mir manchmal nicht. Ja, meines Mal. Also, im Großen und Ganzen bin ich relativ normal. Möchte ich... Möchte ich jetzt nochmal so ansprechen. Hast du das immer noch glaubst? Aber die Sache ist auch die hier, ist teilweise ein Anstand auch zu dunkel und da spawnt nix. Doch, ich hab ja F7 gedrückt. Ja, aber es gibt... Ah, er hat es genau die gleiche Stufe wie das andere davor. Das weiß ich nicht, es scheint wie der Gelb oder Rot. Ja, aber... Es ist sie, Möchte. Es ist... Also, desto niedriger die Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da was versucht zu spawnen. Ja, klar, da gibt's... Oh, wie heißt denn der Mod? Ich weiß, da gibt's auch Mod-Finderlich im Singleplayer, aber hier siehst du halt nur... Es ist entweder ist auf den... Das ist wie wenn du doch F9 oder... Ja, aber das ist dann die Möglichkeit, dass da was spawnt, aber nicht die Wahrscheinlichkeit. Ja, klar. Ich muss was essen. Mops schlachten. Ein Creeper mit Panda-Hut. Perfektes Abendessen. Du hast ein werteiliges Problem aus der Welt geschaut. Was? Welches? Äh, League of Legends. Warum? Weil ich Law spiele. Was? Hä? Der Creepstummel. Achso! Das ist so cool. Jo. Warum macht Riot nicht immer solche coole Sachen? Sondern... Tötet jeden Champion. Wenn sie irgendwie... Ja, bist du nicht die, der geht zu hören. ...einen Patch rausbringen. Hockst du denn? Was ist die Töten? Alter, warum bist du jetzt eigentlich nach... Natürlich sind die oben auch noch... Ja. Ich kriege jetzt ins Bett. Ich glaube, ich nehme mir nachher einen Schlafsack mit. Ja. Das möchte ich da drüber porten, laufen. Über Zockelzock. Hä? Alter. Ihr habt schon gehört. Ihr habt schon gehört. So, leg dich ins Bett. Ich trinke so lange was. Die Zeit fertig. Tick, tack. Nein, ich wurde mit in den Gefahr, so obwohl ich junglen wollte. Jetzt durfte ich nach so einem, keine Ahnung, Treffvierteljahr wieder mal... schlafsack wie heißt denn das eigentlich auf englisch ich gebe mal ah ja es lieb das liebenberg ein bisschen fast gedacht war mir nicht ganz sicher so dann let's möchten das liebenberg und fehlen karpets dazu hallo ich würde gerne weißen karpet haben dann mach halt sie an karpet ist mir auch egal so lasst uns weitermachen wo war ich denn ich habe keine ahnung genau das loch draußen stopfen ach ja ich finde auch so gut dass sie einfach mr krebs synchron speicher genommen haben beziehungsweise benjamin blümchen symphonsprecher ich bin benjamin benjamin blümchen ja auch nein link in der beschreibung ich werde vergessen sag einfach die leuten was am besten ich holte einfach hühnerstall zusammen genau genau von flink kliman so hieß er ne ich bin flink was geht so ok leute wir wollen hier jetzt ein bisschen küche bauen es zimmer was gehört alles in es zimmer wie regale mit tasten oder so einem scheiß ne könnte man kann man machen was 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 gibt uns den deko kraft zu her die kraft ist aber wir haben kein clay mehr du guckst du das video während dem zocken an da kannst du doch gar nicht richtig aufpassen trotzdem will ich wer sollst du ja gut das mag jetzt stimmen so 131 klei wir brauchen alles für unseren verfickten deko kraft dingens für uns sind deko deko bench oder wie heißt der scheiß keine ahnung deko bench clay auffüllen rein mit dir rein mit dir so würde ich jetzt suchen sowas wie ein cup teacup ich habe mein ticket für die langwehr round zu buy die whisky für die weh und ich schoen will mit dir deine in die und ich bin schoen will mit dir deine in die morgen und dann levin tomorrow wenn es safe ich bin schoen will mit dir ich bin schoen will mit dir jubi das wieso heißt der channel immer noch nicht südia salzfabrik ach stimmt das wollte ich mal fragen oder südia kammer des salzes ich hasse harry ich hasse harry ich glaube ich gehe doch alleine ich halte es keine drei stunden aus hatte ich vor ob ich denke dass es am stück macht mal gucken ich denke auch nicht dass ich dem stück zuhör